Heute geht es um den zweiten Part unserer Reusable Components Reihe. Und zwar werden wir heute mit Vue die Component bauen. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Tutorial. Wie versprochen gibt es heute den zweiten Part dieser kleinen Reihe. Und zwar werden wir heute mit Vue, einem Frontend Framework, quasi einfach dafür sorgen, dass wir diese Component, die wir letztes Mal konzipiert haben, im Frontend umsetzen können. Wie man das Ganze aufbaut, wann es Sinn macht und welche Einschränkungen es quasi mit sich bringt, wenn man im Frontend mit Reusable Components arbeitet und welche Gefahren hier auf einen eventuell lauern, bezogen auf Vue. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem dritten Part und zwar quasi demselben Video wie heute, nur bezogen auf Angular. Das Ganze ist ziemlich identisch und wird dann nächste Woche diskutiert. Wenn ihr Fragen oder Probleme zu diesem Video habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr ein Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten oder wir gleich gesehen austauschen. Ansonsten fangen wir jetzt mal an und legen los, eine Reusable Components mit Vue zu bauen. So, wir starten dieses Tutorial nicht ganz bei Null. Ich habe hier Vue.js schon mal installiert, also ein kleines Projekt aufgesetzt, habe auch ein bisschen CSS-Code hinzugefügt, der aber nur dafür sorgt, dass unser Button gleich hier in der Mitte zentriert wird, dass der Hintergrund hier dunkel ist und dass wir eine Variablen .s CSS-Datei haben, die in jeder Komponente importiert wird, wo wir einfach auf diese Farbvariablen zugreifen können. Das Ganze habe ich gemacht, indem ich hier die Vue.config angepasst habe, einfach mit diesem CSS und dann Prepossessor Options, wo ich dann einfach die in dem Ordner SCSS die Variables.scss importiere. Das ist aber schon alles, was für dieses Tutorial vorbereitet wurde. Alles, was wir jetzt machen, ist quasi relevant für das eigentliche Tutorial, nämlich die Erstellung eines Custom Buttons, quasi eines Reusable Buttons und damit legen wir jetzt als erstes mal los. So, das Erste, wenn man eine Reusable Component nutzen möchte, ist natürlich, diese zu erstellen. Deswegen gehen wir mal hin und sagen, wir wollen ein Custom Button.view. Diese Komponente wollen wir erstellen, das mache ich hier an der Seite mal zu und füge ein Standard-Template ein. Also wir haben ein leeres Template, wir haben hier einen Style-Bereich, der die CSS-Prepossessor-Definition SCSS nutzt und hier unser Default ist auch noch relativ leer. Wenn ich das Ganze so abspeichere, können wir das aber hier oben schon mal importieren. Deswegen gehe ich jetzt hier hin und sage, in unserer App wollen wir jetzt unseren Custom Button verwenden. In dem Moment wird das hier auch alles eingefügt und in dem Moment ist unser Button hier quasi drin und wir können jetzt hier oben auch hingehen und sagen, wir fügen hier doch einfach mal einen Custom Button ein. In dem Moment speichere ich das ab und wir sehen jetzt hier unseren Button. Das hat schon mal wunderbar geklappt. Aber unser Custom Button hat natürlich einige Properties. Da haben wir im letzten Video schon drauf hingespielt, dass wir drei verschiedene Properties haben und die wollen wir jetzt natürlich hier definieren. Deswegen sage ich jetzt hier, okay, wir haben Properties und jetzt mache ich das, was man ganz häufig sieht, hier so ein Array, wo man sagen kann, okay, ich füge hier jetzt ein Label ein. Das ist unser erstes Property. In dem Moment könnte ich hier drin jetzt sagen, okay, wir wollen hier unsere Property ausgeben und wenn ich jetzt hier einfach nur sage Label gleich und dann Custom Button, ich gebe hier ein String rein und wir aktualisieren das, dann wird das hier angezeigt. Das funktioniert also. Aber diese Vorgehensweise ist nicht gut. Wirklich nicht gut und man sollte die auf gar keinen Fall verwenden. Das ist zum absoluten Prototypen okay. Selbst dann würde ich es nicht machen, sondern hier sollte man immer ein Objekt reinreichen. Also wir machen das so, wir sagen Properties ist ein Objekt und kein Array und hier haben wir unsere eigentliche Property Label und das ist wiederum ein Objekt. Also das ist nicht nur einfach ein Teil unseres Objektes von Property, sondern ein eigenes Objekt, weil wir das Ganze typisieren wollen. Wir wollen sagen, okay, Label ist vom Typ String, weil wir wissen, okay, eigentlich kann das nur ein String sein, wenn das in einem Button drin steht. Mehr soll das nicht sein. Wir wollen das validieren und ein Button ohne ein Label macht wenig Sinn. Deswegen schreiben wir hier required, also das ist benötigt, diese Komponente braucht ein Label, auf true. In dem Moment hat Vue nämlich einige Vorteile für uns. Wenn ich hier hingehe und beispielsweise hier oben ein, zwei, drei reinschreibe und das Ganze wirklich als Number übergebe und das aktualisiere, dann sehen wir hier, dass Vue uns eine Warnung rausgibt, nämlich invalid prop, type check failed for property label, expected string und hat halt ein Number bekommen. Das wollen wir nicht, auch wenn ich hier zum Beispiel false reinschreibe, also ein Boolean übergebe, kriegen wir auch eine Fehlermeldung. Auch wenn ich das gar nicht übergebe, also ich gar kein Label quasi an unsere Komponente weiterreiche, wird gesagt, hey, es fehlt eine Property und das ist gut. Das heißt, unsere Komponente gibt dem Entwickler Hinweise darüber, wie sie genutzt wird oder dass sie gerade falsch genutzt wird. Unsere Komponente möchte daher ein Label haben und ich sage hier einfach Custom Button. In dem Moment ist unsere Komponente zufrieden. Wenn ich das aktualisiere, kriegen wir keine Warnung mehr, weil unser Label gesetzt ist und es ist auch vom Typ String. Und so arbeiten wir uns jetzt durch unsere verschiedenen Properties durch. Aber hier gibt es noch einen kleinen wichtigen Kniff quasi. Wir haben ja hier oben gerade einfach nur die Property gerendert in unserem HTML-Bereich. Man könnte hier theoretisch auch einen sogenannten Slot verwenden, um das Label durchzureichen. Das hat Vor- und Nachteile. Die Vorteile ist, man ist noch ein bisschen flexibler, weil man theoretisch jede Art von Inhalt in dem Button rendern kann. Gleichzeitig kann man so auch gegen die Konsistenz verstoßen. Wenn ich zum Beispiel immer nur möchte, dass man jeder Button hat, nur Text, da soll nichts anderes drin sein, dann macht es mehr Sinn, mit einer Property zu arbeiten. Wenn ich noch nicht ganz sicher bin, ob hier vielleicht Buttons, also Icons drin liegen oder Text oder nur ein Icon oder was auch immer, dann kann ich das hier auch offen lassen und das hier mit dem Slot rendern. Das ist euch überlassen. Persönlich muss ich sagen, Properties sind meistens zuverlässiger, wenn es um Konsistenz geht, als irgendwie Slots zu verwenden. Aber wie gesagt, wollte ich jetzt der Vollständigkeit teilweise erwähnt haben. Wie auch im letzten Video angekündigt, gibt es natürlich noch eine weitere Property, nämlich Disabled. Disabled ist auch hier vom Type Boolean. Also man kann ja sagen, es ist Disabled oder es ist nicht Disabled. Und es ist auch Required, allerdings ist das Required False. Also man muss ja nicht sagen, dass es Disabled oder nicht Disabled ist, sondern standardmäßig, also ein Default Value, wollen wir sagen, es ist nicht Disabled, also False. In dem Moment, wenn ich das abspeichere, sehen wir hier, es ist False. Ich kann das hier auch mal oben ausgeben. In dem Moment sehen wir quasi, wenn ich das aktualisiere, es ist False. Also unser Property wird standardmäßig auf False gesetzt, wenn wir das nicht setzen. Denn dadurch, dass das ein Boolean ist, können wir das auf zwei verschiedene Arten an unsere Komponente beinden. Wir können entweder sagen Disabled, in dem Moment wird es zu True. Oder ich kann hier sagen Doppelpunkt und dann gleich und dann hier einfach sagen True. So könnt ihr dann zum Beispiel auch Variablen dran beinden. Also ich könnte jetzt hier eine Variable definieren, die diesen Button beispielsweise setzt. Oder ich kann hier sagen False, dann wird das halt auch durchgereicht mit False. Das funktioniert also wunderbar, aber in unserem eigentlichen Button soll Disabled natürlich nicht nur einfach hier rumdümpeln, sondern soll unseren Standard-Button eigentlich auf Disabled setzen. In dem Moment, wenn das passiert, wenn ich also hier quasi sage, okay, werde Disabled, in dem Moment soll unser Button Disabled sein, was er jetzt auch wunderbar tut. Also das haben wir schon mal funktionell hingekriegt. In dem Moment speichere ich das ab. Aber uns fehlt natürlich unsere letzte Property, die wir im letzten Tutorial definiert haben, und zwar Seam. Wenn ich Seam erstelle, hat das ein paar Sonderheiten, weil Seam ist quasi vom Type String, ist Required False. Also wir brauchen nicht unbedingt ein Seam, weil wir haben hier ein Default Seam. Unser Default Seam ist in dem Fall Prime. Aber wenn man sowas benutzt wie ein String, der auf bestimmte String-Typen quasi verweist und man nicht TypeScript nutzt, wenn man TypeScript nutzt, würde ich das hier als Enum definieren. Aber wenn man nicht TypeScript nutzt, sollte man hier unbedingt ein Validator hinzufügen. Validator und dann Klammer auf, Value. Und hier sage ich jetzt einfach, okay, wenn das Ganze passiert, soll eine Condition True oder False werden, in Abhängigkeit von Value. In unserem Fall sage ich einfach ein Array. Und hier muss etwas inkluden, nämlich unseren Value. Und dieser Array bezieht sich in diesem Fall auf Prime und natürlich auf Secondary. Das heißt, wir haben ja im Tutorial letztes Mal erklärt, dass wir zwei verschiedene Seams haben, nämlich einmal Prime und Secondary. Und in dem Moment würde dieser Validator ausschlagen, wenn man etwas einschmeißt, was zwar vom Typ String ist, aber nicht zu diesen beiden Werten gehört. Und in dem Moment, wenn ich jetzt Seam nehme und Seam hier oben einfüge und sage ASD, in dem Moment kriegen wir hier einen Fehler ausgeschmissen, dass quasi ASD kein valider Prop ist für diese Geschichte. Und wenn ich hier aber sage Prime, in dem Moment kriegen wir diese Meldung nicht mehr ausgegeben, weil Prime natürlich valid ist. Und dasselbe gilt natürlich auch, wenn ich hier jetzt Secondary einfüge. In dem Moment kriege ich hier auch keinen Fehler mehr ausgegeben. Das ist sehr, sehr praktisch. Und wir können das jetzt einfach dreimal duplizieren. Ich mache das hier jetzt einmal und darunter nochmal und sage hier oben, unser erster Button ist vom Typ Prime, darunter Secondary. Und hier sagen wir aber auch, dass der unterste Disabled sein soll. So, machen wir mal Disabled rein. In dem Moment haben wir drei Button, damit wir alle möglichen Zustände so ein bisschen sehen. Und in dem Moment können wir das erstmal in Akta legen. Und jetzt kümmern wir uns darum, dass Events richtig gemanagt werden. Und danach gucken wir auch noch natürlich den ganzen Design und CSS Part. So eine Reusable Components, vor allem ein Button, ist ja nur sinnvoll, wenn ich hier relativ einfach das auch verwenden kann. Und in diesem Fall sage ich Add. Click ist natürlich die Kernfunktion eines Buttons. Ich kann den anklicken und erwarte, dass etwas passiert. Also do something. Hier erwarte ich ein Event und in dem Moment kopiere ich mir mal diese Funktion, erstelle mir hier unten jetzt Methods und sage do something ist eine Funktion, die ein Event erwartet und ansonsten eigentlich nur etwas ausloggt, und zwar console.log event. In dem Moment speichere ich das Ganze mal ab. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, sehen wir, es funktioniert hier wunderbar. Und das ist ein Problem und ein Vorteil zugleich. So könnt ihr quasi sehr einfach jetzt direkt auf diesem Button arbeiten. Aber wenn ihr Reusable Components nutzt, ich lösche immer das Disable draus, dann ist grundsätzlich die Problematik, dass sehr häufig nicht nur ein Element hier oben drauf liegt, sondern man hat in der Regel mehrere Elemente, die man verwenden kann. Zum Beispiel ist das ganz häufig, dass man hier zum Beispiel noch so einen kleinen Hinweis hat, wo ich was drunter schreibe und dann hätte man immer in jeder Komponente noch einen Text drin. Und in dem Moment, wenn ich jetzt hier drauf drücke, passiert nämlich nichts mehr. In dem Moment kann nämlich diese Vererbung nicht mehr stattfinden auf die oberste Komponente. Das nennt sich Falls Through Attributes. Und wir können das aber ein bisschen manipulieren. Grundsätzlich, wenn man Reusable Components baut, sollte man immer hier Inherits Attributes auf Falls setzen. In dem Moment werden quasi Events und alle möglichen Attribute vom Parent, also von hier, nicht weiter runter vererbt. Und man sollte in der Komponente selbst jedes Event, was nach oben hin in das Parent Element durchgereicht wird, manuell definieren. Das heißt, wir gehen hier hin und sagen Emits. Und hier sagen wir einfach, es emittet ein Click-Event. Und in dem Moment können wir quasi dieses Event hier oben mit Click nutzen, als wenn es ein ganz normaler Button wäre. Allerdings, wir müssen das hier drin natürlich noch aufrufen. Und das sorgt dafür, dass wir hier auf unserem eigentlichen Button sagen, okay, wir haben hier einen Click. Natürlich nicht Click, sondern eben mit. Und sage hier Click. Und in dem Moment, wenn ich jetzt drauf drücke, bekommen wir das hier wieder durchgereicht. Aber ihr seht, wir erwarten hier ein Event, was hier nicht gemanagt wird. Das wird nicht durchgereicht. Deswegen müssen wir hier auch noch sagen, okay, dieses Event Click emittet quasi das komplette Event, was da durchgeht. Und wenn ich das jetzt aufrufe, dann kriegen wir hier auch wieder wunderbar unser Pointer-Event, selbst wenn hier unten auf der Ebene weitere Elemente stehen. Und das ist sehr, sehr praktisch. Und ich kann nur empfehlen, das zu tun. Also, dass man wirklich jedes Event, was ihr in einer Reusable Components verwenden möchtet, das sollte in dem Moment auch in dieser Component als emit definiert und durchgereicht werden. Also auch sowas wie ein Mouse-Over, ein Mouse-Move oder ein Mouse-Leave oder ein In-Focus oder was auch immer ihr für Events habt, reicht die manuell durch und definiert die in eurer Component einfach standardmäßig als emit, damit ihr quasi dagegen abgesichert seid. Aber jetzt haben wir quasi eine komplette Funktionalität. Wir können das jetzt mal nehmen und fügen das auch noch hier auf die anderen Buttons ein. Und in dem Moment, wenn ich hier unten drauf drücke, passiert nichts. Auf dem Secondary passiert was und auf dem Primary-Button passiert auch was. Also, unsere ganze Logik funktioniert schon mal wunderbar, weil hier das Disabled natürlich auf das Standard-Klick-Event des Buttons angewendet wird und dann disabled ist. So, für eine anständige Reusable Components müssen wir natürlich noch den CSS-Code soweit optimieren, dass man die Komponente verwenden kann, ohne in irgendeiner Weise den CSS-Code anfassen zu müssen. Das Erste ist, wir definieren uns hier mal eine Klasse. Die nennen wir class gleich customButton und die geben wir natürlich hier unten in unserer SCSS-Datei. Wichtig ist, hier fehlt noch ein Attribut, nämlich scoped, damit unser CSS-Code nicht nach außen vererbt wird. Und hier drin fangen wir jetzt mal ganz spontan an, unseren Button zu stylen. Als erstes, wir wollen keine Border. Dann wollen wir runde Ecken. Damit machen wir Border Radius, ein Rem. Wenn wir das abspeichern, haben wir hier schon mal runde Buttons. Das nächste, was wir machen, ist etwas Abstand nach außen hin, ein Rem. Das ist einfach jeder Button mal ein bisschen Luft bekommt und auch ein bisschen Innenabstand. Das nennt sich Padding mit 1.5 Rem nach oben und unten und 2 Rem nach links und rechts. Wenn ich das abspeiche, haben wir hier schon mal Buttons. Ich mache die mal ein bisschen größer. Und in dem Moment sehen wir hier, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Wir haben natürlich eine Schrift da drin, deswegen sagen wir Font Size 1.7 Rem. Und dann haben wir natürlich auch eine Font White, also eine Dicke der Schrift. Die sagen wir mit 700, weil wir haben hier Roboto Bold und wir sagen auch hier Font Family und hier Roboto. In dem Moment speichere ich das ab und wir haben unsere Schriften doch deutlich besser angepasst. Außerdem wollen wir natürlich eine Animation. Das machen wir mit Transition All 250 Millisekunden und dann Ease In und Out, damit wir das Ganze später animieren können. In dem Moment haben wir unseren CSS Code schon mal ein bisschen angepasst, aber noch nicht wirklich optimal, weil jeder Button hat natürlich auch ein Hover Event und natürlich auch ein Focus Event. Und die beiden wollen wir auch abfangen. In dem Moment sagen wir erstmal Cursor Pointer und das Nächste, was wir machen, ist Transform, Translate und dann 0, minus 1 Rem. Das speichere ich ab. Wenn ich jetzt mit der Maus hier rübergehe, sehen wir, das optimiert sich alles. Aber wir haben hier unten ja unseren Disabled State und den wollen wir natürlich nicht, dass das sich hier so komisch verhält. Das wollen wir nicht. Das sieht irgendwie komisch aus. Deswegen haben wir natürlich hier unten unseren Disabled und sagen hier, okay, wenn das ganze Ding Disabled ist, dann soll Hover und Focus sich etwas anders verhalten, nämlich einmal der Cursor soll zu Auto werden und hier wollen wir natürlich sagen, nicht. Also wir wollen nicht, dass sich das animiert. Wenn wir hier unten mit der Maus rübergehen, das tut es jetzt auch nicht mehr, sondern nur die beiden oberen bewegen sich noch. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Aber es sieht ja natürlich noch nicht so aus, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das hat damit zu tun, dass wir hier natürlich unseren Theme haben. Unsere Property mit dem Namen Theme hat ja Default Prime, aber kann Secondary und Prime benutzen. Wir nehmen jetzt aber erstmal den Namen dieser Property, gehen hier oben in unseren Template und sagen hier Class mit dem Doppelpunkt davor. Also wir wollen quasi ein Binding vornehmen und sagen einfach, wir wollen Theme als Klasse hinzufügen. In dem Moment, wenn ich das getan habe und ich auf den Button klicke und das Ganze untersuche, dann sehen wir, dass unser Button jetzt hier die Klasse Prime bekommt und die beiden unteren Button haben die Klasse Secondary. In dem Moment wird unser Theme als Klasse an unseren HTML-Button vererbt und wir können jetzt hingehen und sagen, okay, wenn unsere Komponente die Klasse Prime hat, dann soll sie sich bestimmt formatieren und dasselbe soll auch passieren, wenn unser Button die Klasse Secondary bekommt. Und die eigenen Themes gestalten wir jetzt ausschließlich hier drin. Unser Prime-Button bekommt jetzt erstmal eine Background-Color, in unserem Fall CI Green. Das speichere ich ab, jetzt ist der Button schon mal da oben grün. Außerdem sagen wir, per Default hat er die Farbe, schwarz war schon, aber wir wollen hier die Farbe Second nehmen und das kopieren wir uns jetzt und fügen das hier unten ein. Hier unten sagen wir jetzt aber, unser Secondary-Button, wie in unserem Design vorgesehen, hat ja eine grüne Schrift und hat keine Hintergrundfarbe, sondern hat hier Transparent. In dem Moment haben wir hier unten schon mal nur unseren Button, aber hier fehlt noch etwas anderes. Und zwar haben wir hier oben ja Border aufeinandergesetzt. Unser Secondary-Button hat aber eine Border, nämlich von 0.2 Rem, Solid, also sie ist durchgängig, und hier CI Green. Wenn ich das jetzt abspeichere, haben wir hier schon mal die Buttons so aussehen, wie in unserem eigentlichen Theme. Das, was jetzt noch fehlt, ist unser Disabled State. Und der bekommt ebenfalls unsere Background-Color-Transparent, aber die Border-Color und die eigentliche Color ist nicht transparent, sondern CI Green, äh, nicht Green, CI Gray. Und das Ganze natürlich oben auch, das speichere ich ab. Jetzt haben wir hier einen Grauen-Button, einen Secondary-Button und einen Primary-Button mit jeweils einer Animation. Und das ist kinderleicht einzusetzen, sodass ihr später nur hingehen müsst und sagen müsst, okay, ich habe hier einen Custom-Button. Dieser Custom-Button bekommt ein Theme, das muss ich nicht mal geben. Also der kleinstmögliche Button, den ihr einbinden könntet, wäre dieser hier, dass man wirklich nur sagt, ihr habt, ruft die Komponente auf, legt ein Click-Event drauf, reicht ein Label rein, und in dem Moment habt ihr euren Button mit der gesamten Logik verschachtelt in dieser Komponente, und ihr könnt sie jederzeit erweitern. Also man könnte hier auch ohne weiteres noch zehn weitere Themes hinzufügen. Ob das Sinn macht, wie im letzten Tutorial erklärt, ist mal dahingestellt, aber ihr hättet so die Möglichkeit, diesen Button jederzeit zu erweitern und in eurer ganzen Anwendung immer identisch zu nutzen. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr dort jede Menge Social-Media-Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch jede Menge Amazon-Affiliate- und Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten, ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, viel Spaß und tschau. Bis dann, viel Spaß.